Antisemitismus ist auch das Stichwort, wenn es um neue Vorwürfe gegen den Namensgeber dieser Auszeichnung geht. Der Henry-Nannen-Preis, eine der wichtigsten Ehrungen für Journalistinnen und Journalisten. Auch dieses Jahr werden sich wieder die Gewinnerinnen und Gewinner freuen und stolz sein. Doch es gibt Ausnahmen. Vor acht Jahren hatte einer der Preisträger die Auszeichnung einschmelzen lassen, weil Henry Nannen für ihn kein Vorbild sei. Denn Nannen hatte im Zweiten Weltkrieg Nazi-Propaganda gemacht. Das ist lange bekannt, das hatte er später auch bedauert. Jetzt zeigen Recherchen des NDR, er war offenbar tiefer in den Nationalsozialismus verstrickt als bislang angenommen. Henry Nannen, Gründer, Herausgeber und langjähriger Chefredakteur des Magazin Stern. Der Journalist Nachkriegsdeutschlands. Nannen badete mit Bundeskanzler Willy Brandt, scherzte mit US-Präsidenten und setzte sich wie selbstverständlich im Kreml auf den Schreibtisch. Nach seinem Tod wurde einer der wohl wichtigsten Journalistenpreise nach ihm benannt. Und auch eine der renommiertesten Journalistenschulen trägt heute den Namen von Henry Nannen. Recherchen des investigativen Formats Steuerung F vom NDR zeigen nun, Nannen war tiefer in den Nationalsozialismus verstrickt als bislang bekannt. Offenbar in leitender Position war er an der Entstehung antisemitischer Flugblätter beteiligt. Der Jude, der es sich im Krieg gut gehen lässt, während deutsche Männer an der Front sterben. Eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Oder dieses Bild, das Klischee des jüdischen Kapitalisten, der Menschen durch den Fleischwolf dreht und zu Geld macht. In seinem Entnazifizierungsverfahren hat Nannen, der nie SS-Mitglied war, seine Beteiligung an den Flugblättern und seine Zeit in der SS-Einheit verschwiegen und anschließend seine Verlegerkarriere gestartet. Für Historiker Professor Echternkamp ein typisches Verhalten. Man will sich ja nicht selber noch zusätzlich belasten. Und insofern ist das Teil der Strategie so zu antworten, dass man am Ende gut dabei wegkommt. Es ist ja auch nicht die Unwahrheit. Es ist eben nur, gerade aus heutiger Sicht, ein Teil der Wahrheit. Der Stern, der das Erbe von Nannen hochhält, wollte sich zu den konkreten Vorwürfen nicht äußern. Man teilt lediglich mit, grundsätzlich jeder neuen Information zur Biografie Henry Nannens sehr offen gegenüberzustehen. Und das ist ja auch nicht die Unwahrheit.